Willkommen beim Schlafzimmeraufbewahrung and Organizer Chair Lösungen. Hier ist Will, ich bin dein Einkaufsführer, bitte folge mir. Heute stelle ich euch einige wundervolle Produkte vor. Es ist Hausbett 90x200 Holzkinderbett für Jungen und Mädchen Massivholzkinderbett umbaubar Bodenbett mit Lattenrostgrau. Hausbett-Bettrahmen aus massivem Kiefernholz, aus Responsible Forestry und FSC-zertifiziertem Holz für mehr Nachhaltigkeit, stabiler, sicherer und langlebiger. Jedes Bettteil ist von Hand geschliffen und abgerundet, um die Sicherheit des Kindes zu gewährleisten. Variable Anpassung dieses einzigartige Kinderbett ist variabel und die ausziehbare Struktur macht den Raum effizienter. Es kann nicht nur im Schlafzimmer, sondern auch im Wohnzimmer oder auf dem Balkon aufgestellt werden. Bodenbett für Kinder bodentief und mit Lattenrost. Dadurch liegt die Matratze nicht auf dem Boden und ist für Kleinkinder nicht zu hoch, wodurch eine gute Luftzirkulation gewährleistet ist. Spaß und praktisch geeignet für Matratzen bis zu 90x200 cm und einer Höhe von nicht mehr als 14 cm mit einer maximalen Tragfähigkeit von 120 kg kann das Bett Ihrem Kind jahrelang dienen. Einfach zu montieren Kinderbettrahmen enthält keine Matratze, kommt mit klaren Anweisungen. Die Sie durch alle Schritte führen. Kundenzufriedenheit ist unsere oberste Priorität. Wenn Sie Fragen haben, kontaktieren Sie uns bitte. Dieses super coole Hausbett ist ideal für die Kinder. Sie können ein cooles Schlafzimmerrefugium schaffen und der Fantasie Ihres Kindes freien Lauf lassen. Sie können es aufgrund seines vielseitigen und einfachen Rahmens entsprechend der Persönlichkeit Ihres Kindes dekorieren, wie zum Beispiel Stoffdrapieren, Windlichterketten oder Spielzeug befestigen. Dieses Holzbett eignet sich auch perfekt als Leseecke oder Spielhaus für Ihr Kind. Dieser Bettrahmen ist aus massivem Kiefernholz gefertigt und dadurch äußerst robust und langlebig. Bitte beachten, die Lieferung beinhaltet nur einen Bettrahmen. Es gibt endlose Möglichkeiten, eine lustige Spielumgebung für Ihre Kinder zu schaffen, die sich auf die Schlafenszeit freuen werden. Es ist ein Haus im Haus. Im Laufe der Jahre ist Schlafzimmeraufbewahrung and Organizer immer stärker geworden und hat eine Präsenz in Deutschland aufgebaut, die unser gesamtes Sortiment sowie Ideen und Ratschläge zur Organisation, Vereinfachung und Aufräumung des Lebens bewirbt. Household Storage Solutions ist eine führende Marke, die sich zum Ziel gesetzt hat, deutschen innovative Organisations- und Aufbewahrungsprodukte für zu Hause und im Büro anzubieten, die Ihr Leben vereinfachen sollen. Sie finden die gesamte Produktpalette in unseren Stores und auf unserem YouTube-Kanal weltweit. Als wir A Place for Everything in sarikank.com auf den Markt brachten, hatten wir zwei verschiedene Ziele vor Augen, einzigartige hochwertige Aufbewahrungsartikel anzubieten und jedem Kunden innovative Lösungen anzubieten, die sein Leben vereinfachen und ein positives, organisiertes und inspirierender Ort zum Einkaufen und Arbeiten in Deutschland. Wir haben begeisterte und leidenschaftliche Mitarbeiter, die mit dem Wissen ausgestattet sind, multifunktionale Aufbewahrungs- und Organisationslösungen anzubieten, die auf die Lifestyle-Bedürfnisse des Kunden zugeschnitten und zugeschnitten sind. Weil es für uns wichtiger ist, Ihr Zuhause zu verbessern. Bei Großbestellungen können wir nach Ihren Wünschen anpassen und je nach Menge Sonderpreise anbieten. Wenn Sie mehr als fünf zufällige Artikel pro Bestellung kaufen, erhalten Sie mehr Rabatte. Für Großhandelsbestellungen wenden Sie sich bitte über elisabethmannaya77 at gmail.com an den Hersteller. Danke fürs Zuschauen! Abonnieren Sie uns, um mehr Videos zu sehen!